Rohre und Stangen werden in vielen Industriebereichen eingesetzt, wie zum Beispiel im Fahrzeugbau oder der Öl- und Gasindustrie. Für das Herstellen dieser Produkte werden mitunter Richtmaschinen eingesetzt, die für das exakte Gerademachen zuständig sind. Die Firma Tetan in Gmunden hat dafür ein revolutionäres Verfahren entwickelt, das bis auf die Einspannstellen berührungsfrei richtet. Daraus resultieren essentielle Vorteile für die Hersteller, wie zum Beispiel eine Spitzenoberflächenqualität der Richtgüter.